zusammen wird der gewinne also müssen halt so viel wie möglich an matches gewinnen und wer auch am meisten matches gewonnen hat der gewinnt am ende das blät fest und bekommt dann halt eine wertvolle ressource und zwar die mutfeln also an sich also ich brauche jetzt die nicht aber damit rüste ich auch auf jeden fall meine sets aus was bringt ihr denn ich habe hier ich weiß nicht während sind während sie trinke ich also ich habe hier sauren apfel auf jeden fall an alkohol und waldmeister saure apfel ist auf jeden fall das coole ist man kann halt als spiel zusammenzocken als team zusammenzocken ich spiele jetzt gerade mit haribo und neno ich weiß nicht hat jane die zufauer rolle dann kann sie auch gerne dann mithören wie neno und ich hier sind neno und haribo hier sind und dann spielen wir gerade in dem team zusammen also an sich ist das nichts halloween spezielles also nur eine ganz ganz kleinigkeit man sieht das intro zum beispiel ist so ein bisschen an halloween angepasst ich bin zu so neno ort hinten schock vor sich neno trinken bier bier nene kein bier er so soll ich höre misch gedöns alkoholische getränke der ist über das fließband gesprungen da kommt einer nachgesprungen habe ich nicht oder den roller wie man das gott ist schwierig ja macht nicht schön alles gut alles gut reicht ja mein gelaber reicht glaubt neno und haribo das muss man sich und das verdammt ja war gut aber herz habe ein prozent ja haribo ist schuld was ich habe auch nichts gehört das stimmt jane haribo liefert nur weiter materialien für dich zu machen das ist ja doch nicht wo man zehn bettel groß ja lohnt sich gar nicht nur wenn nur zehn und hunderter mit war ja klar vorweg und kaum trinkst du nicht an dem musst du noch mit trinken so den musst du gleich noch mit trinken vor kann ich mir doch nicht hier gefallen lassen das mobbing hier matti muss man ein bisschen aufholen war es wovon denn ich bin nur noch mittendrin hier ich bin nur noch wurden die anfrage haribo die anfragen wurden die alle bearbeitet auch immer oder hatte ein bisschen angst dass wenn es im ende ist in abgucke tausende von anträge dann ja genau alles gut nach dem match trink ich auch noch den von 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 fruego letzte minute vorsichtig rechts von haribo verdammt ich weiterhin spiel wurde tot ferser ist weg nein wie wir eiskalt verlieren äh eiskalt verlieren also bitte echt mal na dann pro fest vor eis wird in in w a in 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 Ja, das Team war nicht schlecht, das stimmt, das stimmt. Lässt bei dir auch gut. Oh, es tut mir leid, dass es nicht geht. Ich habe keine Ahnung, wo das Problem ist normalerweise, ich meine, du kannst ja spielen anscheinend. Wie gern würde ich Mattis Gesicht sehen? Gib es nicht, Jane, gib es nicht. Boah, ich wollte gerade sagen, wir spielen fast eineinhalb Stunden und das ist jetzt das erste Mal, dass wir diese neue, diese freshe, exklusive Splatfest-Maps sehen. Geil. Keine Ahnung, ich glaube nicht. Ne, die ist nicht neu. Ja, die gab es nicht, ist gut. Gerade hier das mittlere Feld erkennt ich wieder. Okay, der, 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 ähm, einmal spiel das dann. Nein! Kommst du Haribo? Ach, du bist hier rüber gesprungen, ey. Muss auf jeden Fall eingefrappt werden, hier der Teil. Nein, keine Tinten mehr gab's. Da ist einer in unserer Basis. Links von die, ähm. Ist ja egal, ist ja egal, ich, ich guck mal, dass ich's mache. Der ist weg. Fab ordentlich ein. Nein, ich bin runtergefallen. Ich komm zu Neno. Nein! Oh, ich hab den Pipe mal gehittet, den Duscher. Äh. Kommst du, zum Fred. Der hört mich eben. Oh, zwei Snipen, ey. Unverschämt. Wies. Fäh, fäh, fäh. Nein, Jane, das hast du gar nicht gesehen. Gar nicht wahr. Was ist denn nicht? Hier ist ein Sniper irgendwo, der haut ab. Nein. Jawohl, den hab ich, hab ich, hab ich. Ah, das ist ein zweiter, ich seh schon. Oh, mein arm ist Bibi-Konny-Konny-Konny. Ich hoffe, bei Mario Kart geht das. Wahrscheinlich, aber ist okay. GG. Dankeschön, Jane. Wann hältst du von den Splatoon? Ist da nicht was für dich, Jane? Okay. 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 Ich glaub, Fred ist unser neuer Freund, der, der folgt uns, der ist bei uns. Der weiß, wir sind die Besten. Der hat uns schon ein paar Mal da unten gelesen. Der denkt sich, boah ey. Wenn ich mit denen unterwegs bin, ey. Ohne. Kann ich nicht einschätzen. Müsse ich mal ausprobieren. Siehst du doch. Guck mal. Hier, du, 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 du. Ja, stimmt. Zwischendurch gibt es mal... Ja, es gibt zwischendurch mal ne Demo von Splatoon, aber... Boah, ist es... Ja, ist okay. Ich hab schon endlich mal... Also, lieber die Map als... Ich mein, die kommt ja früher oder später nicht mehr an diese in Ordnung. Die... Ja. Das auf jeden Fall, ey. Wir werden jetzt schon seinen Scheißstrahl, ey. Asozial. Kotzen. Nein, 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 also... Nee, also... Könnte ich jetzt nicht... Muss ich jetzt nicht sein, aber... Er versteht mich. Die haben aufgegeben. Oh, ich bin unter Beschuss, ey. Nein! Bei dir, Nino. Noch einer, noch einer. Nice. Na, verdammt, 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 verdammt. Irgend... Bei uns im Lager. Ich guck mal, dass ich den krieg. Aber bei uns im Lager ist einer. Oh, der Roller ist weg. Stimmt, ne, noch. Toll, Nino. Hab ihn. Da kommt einer. Okay, nice, nice. Nice, Nino. Nice. Oh, sehr gut, sehr gut. Wow. Ich merke gerade, eine tolle Rettung. Also... Oh, du hast mich super gerettet. Nino. Okay. Wie hast du denn zwölf Kills gemacht bei dem Abgang, ey? Oh, das war wie in einem Clip. Nino, Nino. Das war so gut. Boah, Haribo, ey. Ich überlege so langsam Pause auch zu gönnen, ey. Komm. Ich glaube, er kommt ja nämlich noch. Einfach weil ich Haribo hasse, nehme ich den jetzt. Das ist mein... Den nehme ich aus reinem Hass. Prost, Haribo. Boah, dieser saure Nachgeschmack. Ey, Nino, weißt du... Hey, Faudi. Schönen guten Abend. Oh, wie geht's dir? Wie war dein Tag? Boah, Nino, ey. Du bist so ein Lümmel, ey. Ich nehme es zurück, Haribo. Ich hasse Nino mehr. Prost, Nino. Prost, Nino. Zurück und wolltest du Nino rüberschieben. Das hasse ich dich. No. Kann Nino das nochmal direkt ausgeben? Weil du hast es dir zurückgegeben. Dann habe ich umsonst getrunken. Hast du dich, Haribo, noch mehr dafür, ey? Ja. Haribo, ey. Ey, Haribo, ey. Was ist los mit dir? Ziehe ich von deinem Gehalt ab? 14 hast du... Ach, ist dir gut gemacht. No. Entspannt essen. Nice. Was gab's Leckeres? Ich glaube, ich mache aber jetzt... Ähm... Ich glaube, jetzt kann... Nino... Du musst gleich nochmal die Punkte reinhauen. Es tut mir leid. Wir müssen das abziehen. Das kann nicht sein. Ich habe hier getrunken. Ja, das ist unverschämt. Das oder ein Bann. Such dir aus. Nein. Fürs... Nichts. Ähm... Ich glaube, ich mache jetzt erstmal eine Pause. Bis mindestens Mario Kart. Bevor ich hier noch... Voll fertig bin, ey. Ich hätte... Ja, ich... Ich habe... Oh, das war echt, ähm... Blöd. Ich habe halt einfach nicht berücksichtigt, dass ich... Dass die beiden Befehle unabhängig voneinander reagieren, ey. Das war so doof von mir eigentlich. Dass man... Dass man einfach beides reinhauen kann. Für mich war das so, okay, wenn jemand dann, ne... Ein Pinnchen gönnt, dann ist halt erstmal Pause für die Minuten. Bam! Bam! Staken. Nice, Fawli. Nice, nice. Spielst du aus? Ich hoffe, es hat Geschmack... Äh... Ich hoffe, es hat geschmeckt, Fawli. Ich hoffe, es war lecker. Hat sich gelungen. Von nichts kann man nichts abziehen. Äh, Jane. Ach, du hast gar keine Nintendo Switch. Okay, das wusste ich gar nicht. Oh, von deinem Vater eingeladen. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Ja. Perfekt zur Halloween. Oder gab es einen anderen Grund? Bei uns in der Basis sind welche. Okay. Ah, hinten. Ja. Okay, mach das, mach das. Nice. Ich habe ihn mitgenommen. Geburtstagsessen? Sag mal, Fawli, hast du heute Geburtstag? Sag mal, Fawli, hast du heute Geburtstag? Ist das echt so? Außer der Bad Geburtstag. Vielleicht. Boah, nee. Ja oder nein? Gib mir nicht. Sag ja oder nein. Ich glaube schon, Fawli. Gib mir ein Ja oder Nein. Ich brauche die Antwort. Gib mir die Antwort, Fawli. Und... Fawli, alles Gute zum Geburtstag. Oh, alles Gute zum Geburtstag. Muss ich singen? Ja. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday... Lieber oder Liebe? Liebes Fawli. So, Liebes, Liebes Fawli. Happy Birthday to you. So, mehr geht nicht. Mehr geht nicht. Liebe. Ah, okay. Dann Liebes Fawli. Liebe Fawli. Trotzdem Liebes Fawli. Sehr gut. Hab nichts dazu gelernt. Dann alles Gute, Fawli. Ich hoffe, du hast heute einen schönen Geburtstag gehabt. Ich frag mich jetzt... Ich frag mal nicht nach dem Alter. Außer du bist mindestens 18. Dann darfst du das problemlos sagen. Ansonsten ist bei Twitch immer ein bisschen schwierig. Ja, 34 plus 35. Ja, I see what you did, sir. 23. Ah. 23 Jahre alt geworden. Sehr schön. Hey, Quotensicke. Ich bin mir nicht sicher, ob du jetzt die ganze Zeit im Lurk warst. Ganz, ganz heimlich. Oder gerade dazugestoßen bist. Ich bin mir nicht sicher. Ich, ich... Weiß es nicht. Wenn du dazugestoßen bist... Guten Abend. Und wenn... Außer du bist von Raid noch vom Tapper da. Dann... Ja, dann halt nicht. Nein. Ich bin gerade wieder dazugekommen. Okay, okay. Sehr gut. Vielleicht bist du sogar... Wenn du magst, kannst du gleich sogar zum Mario Kart mit dabei sein. Wir haben sogar... Also, wenn Fuego besoffen mitfährt, dann kannst du das auch. Boah, ich krieg den nicht weg. Nein. Nino. Nino. Klatsch, steh. Gib ihm. Flausch... Plüschige Grüße. Plüschige Grüße. Meinst du? Ich hab Angst vor... Fuego. Hä? Wieso das denn? Fuego ist doch ganz lieb, oder? Ich mein... Fuego hat mir Bonbons geschenkt. Und wer mir Süßigkeiten gibt, der... Das kann ich... Ich hab im Moment nicht mal einen PC. Hä? Wieso das denn? Wovon streamst du dann? Fowli. Also, ich mein ja... Ich weiß ja, du streamst ja auch zwischendurch. Und du spielst ja dann auch PC-Spiel, oder nicht? Fuego ist gefährlich. Fuego ist nicht gefähr... Ach. Also, Kornzickel, du hast noch nie gegen mich gespielt in Mario Kart. Na, ich bin unschlagbar. Wie... Was sagst du hier, Haribo? Was war das? Achso, ich... Ich hab verstanden, ich möchte gebannt werden. Das all, ja. Ach, im Moment über Playstation 4. Achso, oh. Ja, Nintendo be like. Hey, wir haben endlich mal das Abosystem herausgefunden. Ich freu mich schon auf die Nintendo Switch Nachfolgerkonsole. Weil danach... Ne, das nicht, aber danach auf jeden Fall. Dann sind es nur noch 20 Jahre, bis Nintendo das auch endlich kann. Fuego ist betrunken, also heute nicht mehr gefährlich. Ja, ich glaub, Fuego ist fertig. Fuego ist fertig. Fuego hat sich gedacht... Boah, immer wenn Matti trinken muss, muss ich mittrinken. Aber... Fuego hat... Scheiße, ich bin ohne gefallen. Matti ist wie Unkraut und Mario... Jane, dein Ernst? Das ist okay. Ah, der ist noch mir runtergefallen. Oh, wie bei... Nein. 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 Keine Ahnung. Weil... Weil der... Weil... Entschuldigung. Ich hab drei Kids gemacht. Das ist immer noch mehr als Fred. Freddy Fred. Ne, du kannst das auch... Ich weiß ja, ich weiß. Ich nehm alles mit Humor, ich nehm alles mit viel, viel Liebe auf. Glaub ich. Irgendwo. Ich sammle den Hass und dann lasse ich alles in Mario Kart raus. Das ist mein Geheimnis. Das ist mein... Jeder freut euch jetzt raus. Guck mal, jetzt verlieren wir einmal und schon hat er keinen Bock mehr. Toll gemacht. Ey, danke Neno. Naja, vielleicht ein bisschen öfters. Hat sich letzte Woche verabschiedet. Wieso das eigentlich, Fauli? Ja, aber inwiefern hat sich der PC verabschiedet, ne? Ähm, liegt's vielleicht... Ähm, ähm... Also, weißt du, woran es liegt? Also, ich glaub, Kuh und Segel, Fuigo spielt doch nicht mit. Ich glaub, sie ist tot. Zumindest vermute ich's gerade. Ey, aber Fuigo... Ähm, nein, jetzt mal ernsthaft. Du hast ja schon getrunken. Und wenn man getrunken hat, darf man nicht mehr fahren. Ich weiß. Ist in Ordnung. Ich, ich mach mir doch nur Sorgen um Fuigo, ne? Don't drink and drive, ganz genau. Da hat Kuh und Zicke schon recht, ne? Also, man muss schon vorsichtig sein. Wer weiß, hinterher fährt Fuigo eine Mauer. Er ging einfach nicht mehr an. Und im Moment weiß ich noch nicht, woran es genau liegt. Aber anscheinend das Mainboard... Also, wenn's gar nicht angeht, wenn wirklich nix ist, ne? Dann würde ich erst mein Netzteil vermuten. Main... Mainboard ist, glaub ich... Also, ich glaube, Mainboard hat noch irgendwie Reaktion. Dann liest ja nix mehr, ne? Äh, verdammt. Harley! Ne, was machen die Pinnchen? Geht das aktuell noch was? Hab mir auch meine Minis geholt. Sehr gut, Harley, sehr gut. Ich hab grad ne Pause bis Mario Kart eingelegt. Also, ich hab heute echt... Also, du hast... Also, du hast so viele Pinnchen verpasst, Harley. Ich hoffe, du bist gleich mit Mario Kart am Start. Ich würd mich so freuen. Du hast auch gern so lange hier nen Voice rein. Ich bin hier mit Neno und Haribo. Oh, boy. Ja, also... Die haben keine Gnade gewalten lassen. Also, ich hab gedacht, okay... Ne, gerade... Ne, gerade... Gerade hier Haribo und Pikachu, ne? Dass die keine Gnade zeigen, ist in Ordnung. Ne, aber es hat ja echt jeder Gefühl... Boah, das war so hart, ey. Das war schon... Ich bist... Fuego hat aber immer fleißig mitgetrunken, Harley, ne? Also, Fuego ist schon fertig mit der Welt. Also, Fuego hat fleißig mitgetrunken und ist schon fertig. Möchtest du alles nachholen? Nein, Quatsch, mach das nicht. Das wäre, glaube ich... Na... Wie viel ist es noch übrig? Das nächste Pinnchen, was kommt... Kommt von mir. Ähm... Ich hab beide Flaschen und sind auf... Ein Viertel runtergetrunken. Ja, also kannst du ja ausrechnen. Eineinhalb Flaschen sind das... Boah, die ganze linke Seite. Ich färb das mal ein, ey. Nein! Oh, ich hab... Ich hab in den Chat geschaut. Wofür ist das? Was... Was meinst du? Ähm... Achso, oder? Da müssen wir gleich... Die Punkte zurückgehen an... Ankur und Zicke. Äh, dieses süßes oder saures. Ähm, das bedeutet, ich... Ich gönne mir ein Pinnchen. Ähm, an... An Alkohol. Äh, ich hab hier, ähm... Ich hab hier, ähm... Behrensen. Ich weiß nicht, ob du den Nikör kennst. Ähm, Nikör ist das, glaube ich, nicht mehr. Aha, verdammt. Und, ähm... Entweder saure Apfel oder Waldmeister. Aber ich hab jetzt schon echt so viel Intus. Ähm... Ich dachte mir... Also, ich hab jetzt vorhin, ähm... Gesagt, komm, ich mach ne Pause bis Mario Kart. Ab 22 Uhr mach ich nochmal weiter. Ähm... Ab 22 Uhr, ähm... Ist wieder in Ordnung. Dann guck ich nochmal, wie das weitergeht. Und dann würde ich wieder weitermachen. Aber erst mal dachte ich mir, boah, bevor ich hier echt, ey... Bevor ich voll fertig bin mit dem Leben, ey... Hab ich erst mal gesagt, komm. Ne, ne Viertelstunde Pause. Ich hab auch schon ein Glas Wasser getrunken. Hey, Marty! Oh, Marty ist da. Schönen Abend. Boah, was geht? Triffst du überhaupt noch was? Natürlich. Wir gewinnen doch. Natürlich. Also, ich bin... Also, ich bin oft voll dabei. Also, so ist es nicht. Aber ich... Ich merke halt, ne... Man merkt im Magen zumindest. Also, ich hab das Gefühl, ich bin nicht so krass drauf. Aber ich merke das so im Magen so ein bisschen. Martin, wie geht es dir? Alles klar, ich schau mal Overwatch-Content an den Moment. NA, New America. Oder NA. Oh, sehr schön. Aber schön, dass du da bist. Ich freue mich, Marty. Ich freue mich. Ich hoffe, du hast ein schönes Halloween. Feiert ihr Halloween, Marty? Macht ihr auch was Cooles? North America, genau. Trinkt noch einen ordentlichen Schluck frische Luft und es knallt noch besser. Haha, lecker. Zeit, ein bisschen Gnade mit mir. Zeit, gönn mir ein bisschen Gnade. Auch Cooles, die Zeit lieb zu mir. Das ist ja toll. Ich bin so froh, dass... Ich glaube, dass... Nein. Pizza gefunden und mein Freund findet es auch lustig. Was, 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 was lustig. Was, was lustig. Gut zu Hause angekommen. Achso, das... Stimmt, stimmt. Harley, Harley. Wie war der Rest der Fahrt? Ging es am Ende noch gut? Bestimmt. Also, heil bist du zumindest angekommen. Du machst kein Halloween, Marty. Nicht? Ja gut, wir jetzt auch nicht. Ist ja alles eh abgeschottet. Ich habe einen Regen-Moment. Ich schicke den mal in die Mitte. Ich weiß nicht, ob Mario Kart möchte Fuegro in den Voice kommen. Richtig hackevoll. Also, ich glaube, Fuegro, dass Fuegro mitgetrunken hat. Also, das ist schon... Das ist schon... Hat Neno eigentlich eingelöst wieder seins? Oh, Neno, mach mal. Ich habe den getrunken. Hier will ich. Oder ich muss den von der Kurdenzicke abziehen. Hier jetzt. Ich habe den... Genau, so... Ja, den muss er gleich einlösen. Nice. So. Was, was, was? Ja, ist toll gemacht, Haribo. Eigentlich ist er... Was weiß er als Lob? Das soll eigentlich Standard sein. Das ist so das Minimum, was ich von dir erwarte. Ja, ich meine, Haribo ist ja auch irgendwo im... Im Blut in Japan. Und die Japaner spielen Splatoon. Also, erwarte ich ein bisschen mehr von ihm. Er ist... Ja, also, ähm, Haribos... Also, Haribos Mutter ist aus Japan und Haribos Vater kommt aus einem Ameisen-Koloniehaufen. Deswegen ist er auch ein Ameisiate. Das ist super leid. So, dein... Ich, ich, ich trinke den... Oh, okay, okay. Na gut, na gut. Kurdenzicke. Er hat, ähm... Ich weiß gar nicht. Wurde der von, von Kurdenzicke akzeptiert, die Punkte abgezogen oder zurückerstattet? Wenn, wenn die zurückerstattet sind, dann, dann trinke ich halt nicht. Aber wenn, äh, wenn, ähm, die von Kurdenzicke abgezogen wurden... Ich hab noch 17... 17.000 Punkte hast du schon. Oh, richtig viele. Genau, also, ich würde eigentlich um 22 Uhr wieder weitermachen. Äh, das liegt da... Boah, ich... Ich kann mal nachzählen. Ich hab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Scheiße, sind das viele Leute, ey. Ja. Okay, genau, dann nimm von... Genau, von Nino eh annehmen, ne. Der, der, der schuldet. Und Kurdenzicke wurde zurückerstattet? Achso. Hatte sie zurück, weil du das gesagt hattest? Okay, nee, nee, ist alles in Ordnung. Dann, ähm... Marty, bist du, ähm... Kann auch Mario Kart mitspielen? Ja, klar, Mario Kart. Sei gerne dabei. Ähm, Marty ist auf dem Discord. Magst du ihm gleich den, ähm, Rang geben für Mario Kart? Dann kann er sogar in den Voice rein. Ähm... Die werde ich gleich alle einlösen. Oh, oh. Aber ich hab einen 10 Minuten Counter. Also, haha, zum Glück, ey. Genau dafür hab ich das eingerichtet. Ja, ich... Scheiße, stimmt. 5 Minuten. Ja, ich hab auch 5 Minuten runtergemacht. Ich hab nämlich ganz vergessen, dass das 2 verschiedene Befehle sind. Das heißt, beide kann man gleichzeitig einsetzen. Ich dachte... Ich hab nämlich voll im Kopf gehabt, man drückt einen ein. Und dann sind beide erstmal für 5 Minuten Ruhe. Ist das Darko? Nee, gar nicht mal. Hatte Harley nicht irgendwas noch geschrieben? Wo war das denn? Hä? Cool, dann von... Hä? Ich wollte doch irgendwo... Wie der Chat gerade ging. Hier, irgendwo war doch die Nachricht. So, wo... Da hat der Harley irgendwas geschrieben. Von wegen kam nach Hause und... Ein Freund und so. Aber das hab ich nur im Augenwinkel gehabt. Boah, Harley, kannst du mir die Nachricht nochmal reinkopieren? Ich wollte das eigentlich nicht lesen. Achso, achso. Ein Freund am Hauptbahnhof getroffen. Achso. Und dann vor Freude gewollt. Nooo. So cute. So cute. Wo ich raus bin, war ich am Hauptbahnhof. Mein Freund in den Arm genommen und vor Freude am Bahnhof geholt. Oh, das kann ich mir vorstellen, ey. Nach einem Monat, ey. Kann ich mir vorstellen, Harley. Das ist cute. Du bist so cute. Wie voll bist du mittlerweile? Gar... Ich fall jetzt mal runter, ey. Toll, Ron, ey. Danke für die Ablenkung, ey. Siehst du, Ron? Du versaust meinem Team alles. Ja, ich hab die... Oh Gott, verdammt. Meine Freundin ist ausgezogen nun, was? Äh... Ja, das erzählt Pikachu. Aber du hast ja gesagt, du hast die WhatsApp-Nummer. Von daher alles gut. Kannst ja immer schreiben, ne? Gern geschehen, Ron, ey. Ja, Ron, ey. Du bist... Äh, das ist... Richtig frech, ey. Wie war der Film, Ron? Wie war der Film? Erzähl mal wieder Film. Du hast diskonnecten. Vio hat gerade gar keinen Gegner. Sie gewinnt einfach, weil kein Gegner da ist, ey. Kein Vio-Attack. Ja, genau, stimmt. Ja, es ist halt dreimal maximal einlösbar. Ja, war schon. Ähm, einmal hatte Neno, einmal hatte, ähm, Nick. Ne, dadurch war Vio zehn Minuten lang am Mike. So, es ist 10 Minuten am Mike. Und dann später Pikachu. Borg, 40 Minuten, ey. Äh, 40 Sekunden. Hör auf, damit. Hör auf, die Minuten oder so zählen. Ist da wild. Zehn Kampf gewonnen. Sehr schön, Vio. So, eine Runde geht noch. Jetzt zähle ich die gleiche Mario-Cut. Weiß was, was? Ach so. Äh, hat Kurt und Zicke auch schon Mario-Cut dran? Kann ja dann gleich mitbräuchern. Rumspringen. Oh, Kurt und Zicke. Äh, na, wieso bist du so grausam zu mir? Wieso zähl die Minuten runter? Ist ja in Ordnung. Nö, Neno. Ach so, du musst ja erst... Stimmt, stimmt. Na gut, Neno. Ausnahmsweise. Dann, dann noch einen schönen Abend, ne? Dann tschüss und danke, dass du mitgespielt hast, Neno. Ich fahr doch gar nicht mit. Doch, Kurt und Zicke. Doch, sonst nimm ich dein Pintchen nicht an. Bye, Neno. Ciao, ciao. Noch vier Minuten. Boah, Kurt und Zicke. So musst du mitfahren. Oder Reike. Einer von euch beiden muss sich opfern, ey. Sehen ihr einen. Okay. Ich glaube, Vio hat ein, ein Mirror Match. Gegen, gegen Saurus. Reike ist gar nicht da. Ja, egal. I don't care. Einer von euch beiden muss trotzdem... Na, dann musst du halt. Ist mir egal. Was sagst du, Haribo? Vio hat mich gerade abgelenkt. Sie hat gerade stolz mir einen Kill präsentiert. Ja, das stimmt. Wobei die Map ist, ja, ist in Ordnung. Ich mag die, die, ähm, Special Map. Die ist cool. Die wäre jetzt zum Abschluss nochmal cool gewesen. Ja. Ja, sicher, doch. Wir haben gerade, glaube ich, sauberes Feld hier. Nice. Danke, danke. Okay, sehr gut. Aber das ganze Team war tot von denen. Noch drei Minuten. Walk, wo ein Zicke. Stop it. Können wir Quoten Zicke für drei Minuten Time outen? Nein, Spaß, Spaß nicht machen. Martinus trotzdem ist. Gehört ihr nochmal kurz zurück? Wie lange geht Halloween in Animal Crossing? Äh, bis ein Mitternacht. Bis ein Mitternacht, Harley. Oh, wie... Martin, die Pinnchen gönne ich mir ab, ähm, ab 22 Uhr noch. Es gibt neue Pinnchen ab, ab, ab 22 Uhr. Ich habe mir eine kleine Pause gegönnt von dem ganzen Alkohol, weil ich... Äh... Recht. Okay, einen habe ich... Guck mal. Okay, das sind nur noch zwei. Ja, ab nach dem Match, sobald wir Mario Kart reinschmeißen, geht's wieder. Ein Witz. Ist in Ordnung, Martin. Ist in Ordnung. Mach mich schon mal fertig. Mach mich fertig. Wund... Fuego trinkt nämlich... Achso, Kurtenzicke. Fuego trinkt immer mit bei den Pinnchen. Sie hat sich dazu entschieden, mitzuleiden. Und, ähm... Naja, jedes Pinnchen an mich geht auch... Also, hat sie sich auch dazu gegönnt. Wobei ich Fuego gesagt habe, sie soll auch erstmal eine Pause gönnen. Ne, ich möchte nicht haben, dass... Also, ich hier... Ne, soll ja immer noch einen Spaß gönnen. Aber, ne, sobald Fuego sich wieder bereit fühlt, kann sie gerne mit... Wie... Gerne wieder mitbringen. Ach, ich glaube, Fuego ist so fertig. Ja, ha, ha. Ah. Okay, das mit von Kurtenzicke lassen wir durch. Und, nice. Boharibu übertreibt hier gerade. Übertreibt, übertreibt. Nice. Sagt der Haribo übertreibt gar nicht richtig, ey. Alter. Boah, Kurtenzicke, ey. Boah, Kurtenzicke, ey.